Musik Ich bin ein bisschen enttäuscht. Es ist eine Schweinerei. Es ist eine Sauerei. Ich mache so eine Eierproduktion. Ich kotze mich einfach an. Jetzt bin ich sechs Monate in Buenos Aires gewesen. Ich habe das Kelliwerk geschafft dort. Und dann meine Rollen einfühlen. Und dann verlegen die drei Orten St. Johan. St. Johan. St. Moritz. St. Moritz. Aber nicht St. Johan. Ich sage nur Reputation. Wenn das jemand sieht, was wir hier machen. Das scheisst uns an. Ich bin es leicht von Boulevard-Report ausgelacht zu werden. Weil wir so etwas sind. Wir haben uns Mühe gegeben, dass wir authentisch am Grill stehen. Und dann das. Keine Kamerabach. Keine Maske. Keine Gescheide. Keine Kalt Caterade. Das ist zum Kotzen. Und mit der Maske hast du mitgeschmiedet. Eine Sauerei. Jetzt habe ich mich auf diese Kiwi-Öl eingeschmiedet. Auf den ganzen Körper. Ja. Und jetzt habe ich das verändert. Warum? Weil es keinen Spiegel hat. Für so etwas. Für so etwas. Und jetzt habe ich den Kopf da mit 20kg. Nein. Nein. Das ist das Letzte. Nein. Da gibst du Mühe. Du gibst dir Mühe. Und dann eine Einstellung. Das ist ein Videoclip. Das ist kein Videoclip. Nein. Das ist ein Ferienfotolip. Und die hohe Risiken. Aufnahme. Und nachkommen. Das hat mir keiner gesagt. Das ist schlimm. Das hat mir keiner gesagt. Nein. Das ist schlimm. Du musst halt hier rücken. Es ist Gott verdammt. Da kannst du runtergehen. Rostniges Gelände. Die Sicherheit ist nicht so. Es ist wie eine kleine Kinder. Und es ist auch ungewohnt. Mal Kleider anzahlen in einem Video. Das ist auch. Jedes Mal. Ich fühle mich irgendwie unwohl. Ich fühle mich unwohl. Nein. Fühle mich gut. Ich glaube ich muss jetzt gehen. Ungewöhnlich. Danke.